Pierre Maudet und seine Kollegen aus dem Genfer Regierungsrat haben sich letzten Sonntag ganz heimlich getroffen und haben entschieden, dass sie ihm fast alle Dossiers wegnehmen. Pierre Maudet hat für sich dann aber selber entschieden, dass ich meine 15-Stunden-Arbeitstage beibehalten werde. Aber wenn er kein Dossier mehr hat ... Was macht er denn in diesen 15 Stunden? Hh-h-h-h-h! Rrrrrr! Hallo, Christa, comment ça va? Oui, ich fand den Elsener auch nicht lustig. Ja, ich fand den Elsener auch nicht lustig.